Wie viel Zeit bleibt uns noch, bis wir die CO2-Emissionen global drastisch reduziert haben müssen? Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Zeitspanne abzuschätzen und die zweite Möglichkeit führt zu einer interessanten Schlussfolgerung. Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur vierten Folge meiner Zusammenfassung zu einzelnen ausgewählten Themen aus meiner großen Energie- und Klimavorlesung aus dem Sommersemester 2021. Die ganze Vorlesung findet sich auf meinem YouTube-Kanal Grenzen des Wissens und es sind 42 Stunden HD-Videos, also eine Menge. Deswegen diese Zusammenfassung. Heute soll es gehen um das Thema, wie viel Zeit bleibt uns noch, bis wir die CO2-Emissionen oder insgesamt die Treibhausgasemissionen drastisch reduziert haben müssten. Zunächst mal hier als Einführung dieses Diagramm, das zeigt die Veränderung der wichtigsten drei Parameter, die mit der Klimaproblematik verknüpft sind. Das ist zunächst mal die Zahl der Menschen, also die Bevölkerung. 1990 ist hier immer 100% und die Bevölkerung hat bis heute um rund, das sieht man hier, die graue Kurve, 40% zugenommen. Das ist eine Menge. Und mehr Menschen verbrauchen mehr Energie, das ist die rote Kurve, das ist die Primärenergie und das ist immer noch global so, dass die meiste Primärenergie aus Kohle, Erdöl und Erdgas gewonnen wird. Und das hat um etwas mehr als 50% zugenommen. Aber wirklich entscheidend für die Erwärmung der Erde, das ist die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre. Also nicht die CO2-Emissionen, die die Einzeländer angeben, die sie emittiert haben, sondern die wirklich gemessene CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und hier mit der blauen Kurve ist nur der anthropogene Anteil dargestellt und der hat sogar um 80% zugenommen und die Kurve, die blaue Kurve, die geht immer steiler nach oben. Aber eigentlich sollte sie zumindest sich stabilisieren oder vielleicht sogar runtergehen. Hier gibt es also dringenden Handlungsbedarf. Jetzt könnte man denken, dass die Pandemie im Jahr 2020 ja geholfen hat, denn viele Menschen mussten zu Hause bleiben. Global war der Flugverkehr Jahr 2020 über einige Zeit komplett zum Erliegen gekommen und auch die Pendlerströme, die hatten sich stark reduziert. Jetzt könnte man denken, na prima, wir fliegen nicht mehr, wir fahren noch nicht mal mit dem Auto zur Arbeit, sondern viele Menschen waren im Homeoffice global. Da haben sich doch die CO2-Emissionen sicher drastisch reduziert. Sie haben sich hier nach diesem Artikel auf der Homepage der ETH Zürich um ungefähr 7% reduziert. Und diese Reduktion, das ist ein Rekord. Also bis jetzt sind sie immer angestiegen, sie sind zum ersten Mal tatsächlich mal abgesunken. Das kommt hauptsächlich durch den Transportsektor. Aber wenn wir jetzt die gesamten fossilen CO2-Emissionen addieren im Jahr 2020 und eben die Landnutzung auch aus der Landwirtschaft, also der Tatsache, dass wir Nahrungsmittel für die knapp 8 Milliarden Menschen ja produzieren müssen und wir müssen das auch zu den Menschen hinbringen, also Lkw-Transport, wenn man das zusammen addiert, dann kommen wir immer noch auch im Jahr der Pandemie auf 39 Gigatonnen, also knapp 40 Milliarden Tonnen CO2. Und dann gibt es ja noch zwei wichtige Treibhausgases, Methan und Lachgas und dann kommt man insgesamt auf rund 50 Gigatonnen an effektiver Treibhauswirkung, Äquivalente in CO2 gerechnet. Ja, das ist jede Menge. Also hier besteht dringender Handlungsbedarf. Es gibt zwei Ansätze, mit denen man abschätzen kann, wie viel Zeit uns bleibt, um die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Und der erste Ansatz erfolgt über die sogenannten CO2-Budgets. Und was so ein Budget ist, das will ich jetzt im Folgenden erklären. Und da geht es entlang der Argumentation in dem neuesten Bericht des Weltklimarats. Und zwar ist das eine Summary for Policymakers, also eine Zusammenfassung für Entscheidungsträger für den neuesten Bericht. Der kommt aber erst nächstes Jahr 2022 raus. Das ist ein großer Übersichtsbericht, der kommt so ungefähr alle sieben bis acht Jahre raus. Und das ist der Assessment Report Nummer 6. Den Report selber gibt es noch nicht, aber diese Zusammenfassung hier, das ist sowas wie 20 oder 50 Seiten auf Englisch, die kann man durchlesen. Und das ist The Physical Science Basis, also wirklich nur die wissenschaftlichen Grundlagen. Und daran will ich an dem Inhalt dieses Berichtes hier will ich erklären, was diese Budgetüberlegung ist. Wir gehen jetzt also in Details innerhalb dieses neuesten Berichts des Weltklimarats. Zunächst mal, um zu verstehen, wie der Weltklimarat arbeitet. Es gibt da verschiedene Szenarien, wie sich die CO2-Emissionen bis 2100, das ist hier die Zeitskala unten, die x-Achse, wie sich die CO2-Emissionen entwickeln könnten. Also wenn die ganze Welt plötzlich sehr klimabewusst lebt, dann würden sich die Emissionen, das ist hier die blaue Kurve, sehr stark absenken. Und zwar sogar ins Negative hier. Die graue Linie ist Null-Emissionen, also von diesen 40 Gigatonnen, das hatte ich schon erwähnt. Es geht also tatsächlich hier bei 40 los. Und bis zum Jahr 2050 oder 60 ist nach diesem Szenario, das sind bestimmte Annahmen über die Umstellung auf eine klimafreundliche Gesellschaft weltweit und auch über die Bevölkerungsentwicklung und so weiter, da sollen die Emissionen hier in diesem SSP 1 bis 1.9, ja SSP 1 ist das, da soll das eben tatsächlich auf Null abgesunken sein und sogar ins Negative gehen. Und was negative Emissionen sind, das erkläre ich dann im Folgenden. Aber jetzt gehen wir erstmal mit der Information los, das einfachste oder beste Szenario ist bis rund 2050 auf Null. Dann gibt es andere Szenarien, die sind weniger günstig, also die Weltgemeinschaft entscheidet sich nicht so drastisch und so rasch die CO2-Emissionen zu reduzieren. Da haben wir hier das SSP 2.6, da haben wir ein Reichen von Null im Jahr ungefähr 2070. Dann dieses SSP 4.5, da geht es auch runter, aber erst ab 2050 oder so von diesen 40 Gigatonnen und dann langsamer runter. Und das schlechteste Szenario ist dieses SSP 8.5, da geht es sogar hoch auf 120 Gigatonnen pro Jahr. Es geht also weiter steil nach oben mit den CO2-Emissionen. Das sind verschiedene Annahmen, die der Weltklimarat macht über die zukünftige Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Das sind recht komplexe Szenarien, die beinhalten also Wirtschaftswachstum und auch natürlich das Bevölkerungswachstum. Und SSP, das bedeutet Chaired Socioeconomic Pathway. Also ziemlich komplexe Annahmen über die Entwicklung der gesamten Wirtschaft und der Bevölkerung auf der ganzen Erde. Also ein schlechtes Szenario, was das Klima betrifft und das Beste hier in blau. Ja, und was da rauskommt erstmal mit diesen Szenarien, das erkläre ich dann gleich, aber was jetzt eine ganz wichtige Information ist in dieser Zusammenfassung von diesem Assessment Report Nummer 6. Wie gesagt, die richtigen Reporting gibt es erst nächstes Jahr. Aber in der Zusammenfassung hier wird nochmal ähnlich wie im Assessment Report Nummer 5 vom Jahr 2013-14 ein linearer Zusammenhang zwischen den kumulativen CO2-Emissionen und dem Anstieg der globalen mittleren Temperatur gefunden. Das ist dieses Bild hier, das stammt aus diesem Report, den ich gerade genannt habe, also dem neuesten Report. Und ich habe das ein bisschen vereinfacht. Also hinterlegt hier sieht man diese graue Kurve und dann hier diese etwas farbigen Trichter. Das ist das Originalbild. Aber zur Vereinfachung habe ich erstmal diese rote Linie eingetragen. Und das ist die wesentliche Information in diesem Bild. Es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen der gesamten Menge an CO2, was jemals in die Atmosphäre von Menschen zusätzlich reingepustet wurde und der globalen Erwärmung. Hier steht es nämlich, das sind die kumulativen CO2-Emissionen seit 850 und das geht immer hoch, diese Kurve. Hier geht manchmal nicht so steil hoch und es gibt auch einen Fehler oder so, aber es geht eben hoch. Und das ist eben immer mehr CO2-Emissionen. Also das Integral. Nicht pro Jahr, sondern es ist die Summe. Also wie wenn ich immer was auf dem Sparbuch einzahle und dann steigt der Kontostand. Das ist also der Kontostand. Und wenn der Kontostand weiter ansteigt, dann gibt es weiter einen linearen Anstieg und die beiden schwarzen horizontalen Linien, das sind die Temperaturziele 1,5 Grad und 2 Grad. Das heißt, wenn wir weiter so linear emittieren mit diesen 40 Gigatonnen, dann würden wir also einfach zeitlich konstant weiter wandern nach oben, erreichen wir also nach einer bestimmten Zeit und das kann man jetzt eben auf der Basis dieses Bildes ausrechnen, das 1,5 Grad überschreiten diese Erwärmung oder sogar etwas später dann die 2 Grad Grenze. Hier unterlegt diese bunten, ja so trapezförmigen Felder. Das sind die verschiedenen Szenarien bis 2100 und im SSP 8.5 hier würde man eben bis, nee es ist sogar nur bis 2050 glaube ich gerechnet, würde man schon 2050 diese 3 Grad hier im schlechtesten Szenario überschreiten. Aber die wichtige Information ist hier, es gibt einen linearen Zusammenhang, das kommt raus bei den großen Klimamodellen, zwischen der Gesamtmenge an jemals emittierten anthropogenen CO2s, also CO2s menschlichen Ursprungs und der Nettoerwärmung und dann erreichen wir irgendwann mal 1,5 oder die 2 Grad Grenze. Und es gibt einen linearen Zusammenhang, das steht auch in dem Text drin, zwischen der Temperatur und eben einer bestimmten Menge von Gigatonnen CO2 und hier steht also abgeschätzt 1.000 Milliarden Tonnen und wir sind heute bei 2.400 Gigatonnen kumulativ emittiert seit 850. Wenn wir jetzt nochmal 1.000 Gigatonnen emittieren, gibt das jeweils eine weitere Erhöhung um 0,45 Grad. Das hat allerdings einen Fehler, all diese Berechnungen haben Fehler und zwar ziemlich große Fehler. Der Fehler ist plus minus ungefähr 0,2 Grad. Das heißt, die Unsicherheit dieser Vorhersage liegt zwischen 0,25 und 0,65 Grad. Ist also relativ breiter Unsicherheitsbereich. Man weiß es nicht genau. Aber ich gehe jetzt mal von den Mittelwerten aus. Der wahrscheinlichste Wert nach der Aussage des Weltklimarats ist 1.000 Gigatonnen entsprechend 0,45 Grad. Okay, das bedeutet, jetzt kann ich die Zeit, die uns bleibt, abschätzen. Also wenn wir also das 1,5 Grad oder das 2 Grad Ziel anstreben, dann sind das entweder 600 Gigatonnen, die wir noch haben, bis wir das Budget hier für 1,5 erreichen. Wenn wir jetzt bei 2,4 sind, das ist etwa bei 3.000, dann sind es 600 Gigatonnen und für das 2 Grad Ziel, wenn 2 Grad überschritten wird, das wird nach weiteren 1.500 Gigatonnen passieren. Das heißt, mit dieser linearen Annahme haben wir jetzt noch ein Budget, ein Restbudget von 600 Gigatonnen für 1,5 Grad oder 1.500 Gigatonnen für das 2 Grad Ziel. Ja, und im Augenblick, jetzt gehen wir davon aus, dass es vielleicht schlimmstenfalls einfach konstant bleibt. Das ist nicht der schlimmste Fall. Der schlimmste Fall ist, dass die Emissionen pro Jahr weiter zunehmen. Jetzt gehen wir mal von jährlichen Emissionen von 40 Gigatonnen aus und das 1,5 Grad Ziel oder die Grenze überschreiten wir, wenn wir dann 600 Gigatonnen emittiert haben. So, jetzt kann ich 600 Gigatonnen durch 40 teilen, 40 pro Jahr, dann sind das 15 Jahre. Oder das 2 Grad Ziel, da haben wir noch ein Restbudget, das ist dann höher 1.500 Gigatonnen, da haben wir noch 38 Jahre. Das heißt, 1,5 Grad, da bleiben uns noch 15 Jahre, um auf Null zu gehen. Und was genau Null ist, das müssen wir noch diskutieren. Oder 38 Jahre bei 2 Grad. Das ist also ein bisschen die Abschätzung. Und deswegen wird ja darüber diskutiert eben, dass die EU zum Beispiel bis 2050 wirklich dicht an Netto Null herankommen muss. Und was Netto Null ist, das ist eigentlich noch eine Frage, das ist gar nicht so selbstverständlich. Gut, jetzt gibt es noch ein weiteres Bild in diesem neuesten Bericht des IPCC und zwar genau eben die Restbudgets und da gibt es hier so eine Fehlermarge. Gehen wir mal von 50 Prozent der mittleren Wahrscheinlichkeit aus und da haben wir jetzt hier mit dieser Berechnung direkt vom Weltklimarat ein Restbudget für das 1,5 Grad Ziel von 500 Gigatonnen und bei 2 Grad eben 1.350 Gigatonnen. Das sind etwas andere Zahlen als meine grobe Abschätzung von gerade. Da habe ich ja nur diesen Grafen also dieses Diagramm zugrunde gelegt und meine rote gerade Linie da reingelegt. Hier, die haben das jetzt richtig ausgerechnet und da kommen sie eben auch so auf ähnliche Werte bei 1,5 Grad und konstanter Emission bei 40 Gigatonnen. Also sie mal an, es geht weder runter noch hoch 40 Gigatonnen wie 2020. 15 Jahre oder beim 2 Grad Ziel eben 38 Jahre. Und da muss ich aber auf 0 runter gehen. Netto 0 steht da. Was ist denn eigentlich genau Netto 0? Was bedeutet 0? Ich meine ganz 0 kann es ja sowieso nicht werden, weil wenn ich hier rede, atme ich CO2 aus. Also es gibt ja natürliche CO2 Emissionen. Sind das jetzt nur die Emissionen aus der fossilen Verbrennung, also von Kohle, Gas und Erdöl oder ist die Landwirtschaft da mit dabei? Also was genau bedeutet das Herunterfallen dieser Emissionen auf 0? Und das steht auch in diesem Report. Und zwar ist es so. Achieving global net zero CO2, also globales Netto 0. Emission is required for stabilizing CO2 induced global surface temperature increase. Also wir müssen auf Netto 0 kommen und dieser Begriff wird im zweiten Halbsatz dann definiert. With anthropogenic CO2. Also das sind die CO2 Emissionen des Menschen. Also genau Kohle und so weiter. Emissions balanced by anthropogenic removals of CO2. Ja, was sind anthropogenic removals? Also Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre. Das habe ich dann nachgeschaut. Die Definition, da muss ich ins Internet gehen, was steht im Bericht nicht drin, was sind denn removals? Wie kann man denn CO2 extrahieren? Und damit sind gemeint zum einen technische Methoden der CO2 Extraktion. Man kann das zum Beispiel mit Kalkwasser auswaschen oder sowas. Ich finde das immer ein bisschen exotisch, weil ich meine, wenn man Milliarden Tonnen CO2 auswäscht, wo soll denn das viele CO2 hin? Also das sind technische Extraktionsmethoden, die es zwar im kleinen Maßstab, vielleicht mal mit einer Tonne oder so CO2 gibt, aber Milliarden Tonnen pro Jahr zu extrahieren, ist im Augenblick unvorstellbar. Eine andere Methode ist, dass man also die Landwirtschaft nutzt, den Anbau bestimmter Pflanzen, die besonders geeignet sind, weil Photosynthese ist ja eine Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre, dass man das eben mit bestimmten Anbaumethoden, mit bestimmten Pflanzen, die man anbaut, dass man das unterstützt. Aber das sind in jedem Fall, und deswegen steht hier anthropogenic, nicht etwa die natürlichen CO2-Senken, die gibt es ja auch noch, sondern das sind die CO2-Senken, die der Mensch mit Planung anbaut und das ist bisher zu vernachlässigen. Das bedeutet de facto in dieser kurzen Zeit, weil es diese anthropogenic removals, die gibt es vorerst nicht, das ist viel zu wenig zumindest, das bedeutet tatsächlich, dass wir wie hier, das ist nochmal das Bild von den SSP-Szenarios, dass wir tatsächlich einem dieser Szenario hier global folgen müssen und dann bis 2050 oder 2070 auf null runterkommen müssen. Das ist also wirklich echt null, null CO2-Emissionen aus Kohle, Gas und Erdöl und das ist diese Dekarbonisierung. Also entweder 15 Jahre für 1,5 Grad oder 38 Jahre nach dieser Berechnung für das 2-Grad-Ziel, um nicht diese Gradgrenze zu überschreiten. Es gibt aber einen zweiten Ansatz, das zu überlegen, denn tatsächlich entscheidend sind nicht die Emissionen in Gigatonnen, sondern wirklich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Das war die blaue Kurve, die ich am Anfang gezeigt habe. Also wie viel Treibhausgas ist denn nun wirklich in unserer Atmosphäre? Und jetzt werden wir das mal ausrechnen, was da für ein Wert rauskommt. Also zweiter Ansatz, wir betrachten die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ja und das ist diese Messung hier. Es gibt verschiedene Messstationen, die messen alle das gleiche ungefähr und das ist die auf Mauna Loa. Das ist so ein Vulkan in Hawaii und bis die Luft da angekommen ist, dann hat sich das gut gemittelt. Das ist also unsere CO2-Konzentration, zumindest auf der Nordhalbkugel, aber eigentlich auf der ganzen Erde. Diese schwarze Kurve ist der Mittelwert, die rote sind die jahreszeitlichen Schwankungen und was wir hier sehen ist, dass sie immer steiler nach oben geht. Und zwar ist die Grenze, die nicht überschritten werden sollte von dieser Konzentration, das ist jetzt keine Temperaturgrenze, sondern erstmal eine Konzentrationsgrenze. Es sollte, und da gehen eben Klimamodelle ein, die das berechnen, nicht mehr als ungefähr 500 Parts per Million an CO2 in unserer Atmosphäre geben. CO2 ist ein Spurengas und die Konzentration liegt jetzt im Augenblick knapp bei 420 Parts per Million, allerdings stark ansteigend mit 2,2 Parts per Million pro Jahr. Das ist der Anstieg im Augenblick durch diese 40 Gigatonnen an Emissionen. Wenn wir jetzt mal annehmen, 500 Parts per Million ist in etwa das 2 Grad Ziel, also wenn das überschritten wird, wird es wärmer als 2 Grad, da muss man allerdings Modellrechnung betreiben, um das vorherzusagen, aber jetzt nehmen wir das mal, 500 Parts per Million. Wir haben einen Anstieg von 2 Parts per Million und der Rest an Anstiegsmöglichkeit bis 500 von 420 sind 80 Parts per Million. Jetzt kann ich 80 durch 2,2 teilen, da kommt 36 Jahre raus. Das stimmt überein. Also mit dem anderen Ansatz, also diese Sache mit diesen Budgetüberlegungen, der lineare Zusammenhang zwischen den kumulativen Emissionen und dem Temperaturanstieg, kam auch 38 Jahre raus und hier kommt mit dieser Überlegung der reinen Konzentration kommen 36 Jahre raus. Stimmt also überein. Wenn wir mal sagen, okay, 2 Grad Ziel ist vielleicht eine Sache, die wir eventuell mit größter Anstrengung global erreichen können, haben wir irgendwas zwischen 35 und 40 Jahren Zeit, aber dann muss es auf Null gehen. Jetzt gibt es aber einen Unterschied zwischen den beiden Ansätzen, weil in diesem Ansatz hier geht es darum, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nicht weiter ansteigt. Und das ist ein anderes Netto Null, zumindest so wie ich es verstanden habe. Denn es gibt Senken natürliche Senken und diese Senkenleistung, also Removal wäre das, die Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre durch natürliche Prozesse bedingt dadurch, dass die CO2-Konzentration durch den Menschen hochgegangen ist, ist die Senkenleistung ebenfalls hochgegangen. Und das beschreibt dieses Bild hier. Hier haben wir nach oben gerechnet, das sind auch jetzt Gigatonnen, allerdings reiner Kohlenstoff, also das ist eine andere Darstellung, aber es entspricht in etwa den gleichen Mengen CO2, da würden da bloß andere Zahlen stehen. Das ist aus 2020 einer Publikation Global Carbon Budget hier. Also das ist eine Budget-Überlegung, aber was wir hier sehen, sind die Emissionen aus der Landwirtschaft hier, das ist also positiv, das heißt Einzahlungen auf das CO2-Konto und hier so bläulich-grau die fossilen Emissionen aus der Verbrennung kommt, Kohle, Gas und Erdöl. Und hier haben wir die Senken. Das meiste CO2 oder relativ viel CO2 landet in der Atmosphäre und die Atmosphäre ist hellblau, das ist das hier. Es sind immer Fehler drin in Messungen und so, deswegen zittert die Kurve so hin und her. In der Realität zittert sie nicht so viel, aber die Messungenauigkeit bewirkt das hier. Das sind also Versuche für jedes Jahr diese Bilanz aufzustellen. Aber es gibt zwei weitere Senken für CO2, wo das zusätzliche CO2 des Menschen verschwindet. Das ist hier grün, ist das das Land und das sind die Landpflanzen. Da gibt es auch weiterführende Untersuchungen. Es sind tatsächlich hauptsächlich die Bäume in mittleren Breiten, also genau unser Wald. Dieser Wald, der extrahiert mit der Photosynthese jetzt heute mehr CO2 als früher vor der Industrialisierung, weil es so verschiedene Bedingungen gibt, die sich verbessert haben für die Pflanzen. Zum einen den Düngeeffekt durch das CO2, aber auch die Längerung Wachstumsperiode. Frühling kommt früher und der Erbst kommt später und so weiter. Deswegen nimmt diese grüne Kurve hier zu und die dunkelblaue hier, das ist eine ganz besondere Kurve, das ist der Ozean. Und zwar haben wir den Partialdruck des CO2 erhöht, oberhalb dieser riesigen Wasserflächen, der Ozeane, der Erde. Und wenn man den Partialdruck, den Druck des CO2 erhöht, dann passiert das genau das gleiche wie in so einem Aufsprudel zu Hause. Man kann ja selber Sprudel machen. Da wird ja auch einfach mit Druck CO2 in das Wasser reingepresst. Und das passiert im Augenblick auch. Die Ozeane nehmen mehr CO2 auf als normal, weil der Partialdruck, also der Druck an CO2, zugenommen hat. Und da sehen wir, dass etwas mehr als die Hälfte nach dieser Bilanz, also hellblau hier ist das, was in der Atmosphäre landet, also das macht es warm, aber mehr als die Hälfte der Emissionen des Menschen verschwinden in diesen beiden Senken Land und Ozean, also Land, Pflanzen und Ozean. Jetzt bedeutet dann aber Netto Null was anderes. Das werde ich gleich erklären. Netto Null hat jetzt plötzlich in dieser Denkweise eine andere Bedeutung. Ich möchte nur darauf hinweisen, bevor ich jetzt diese Netto Null erkläre, dass das auch im Bericht des Weltklimarats drinsteht. Und zwar ist das dieses Diagramm. Steht auch in dieser Summary for Policymakers aus dem Assessment Report Nummer 6, also gerade vor zwei, drei Monaten erschienen. Und hier sehen wir, dass also auch nach den Berechnungen des Weltklimarats erstmal ein Großteil oder ungefähr die Hälfte und hier ist es ein bisschen weniger als die Hälfte des CO2 im Land, also Landpflanzen oder in den Ozeanen verschwindet. Und das sind hier diese fünf Szenarien. Ich habe hier mal nur drei dargestellt, sonst wird das Bild einfach zu groß. Das ist also das Szenario hier mit der günstigsten Entwicklung der CO2-Emissionen. Die gehen also steil nach unten bis 2050 ungefähr. Und dann hilft uns die Natur sogar mit 70 Prozent der Emissionen, die in Land und Ozean verbleiben. Und hier sind es ungefähr 50 Prozent. Also die Zahlen sind unterschiedlich je nach Szenario. Das hat was mit der Dynamik des gesamten Systems zu tun. Aber auch der Weltklimarant schreibt hier, dass ungefähr die Hälfte der menschlichen gemachten Emissionen im Ozeanen und in den Landpflanzen im Augenblick verbleiben. Das heißt, nur die Hälfte landet in der Atmosphäre und diese Senkenleistung wird über die Jahrzehnte nachlassen. Also es bleibt nicht auf diesem hohen Werk, den wir im Augenblick haben. Aber es ist im Augenblick da und die Senkenleistung muss eigentlich bei Netto Null, muss sie mit berücksichtigt werden. Und in dieser Berechnung der Konzentration, wo es also um die Konzentration des Treibhausgases in der Atmosphäre geht, das war ja mein zweiter Ansatz, da geht es darum, dass diese Konzentration nicht weiter ansteigt. Und sie würde nicht weiter ansteigen, wenn die Senkenleistung gleich ist wie die Emission. Das heißt, wenn wir unsere Emissionen auf rund die Hälfte senken würden, nach diesem Bild und dann würde die Senkenleistung von Land und Ozean gleich sein wie die Emissionen des Menschen und dann bliebe die CO2-Konzentration in der Atmosphäre konstant. Das heißt, wenn das das Ziel ist, konstante CO2-Konzentration, kein weiterer Anstieg in der Atmosphäre, dann würde das genügen, das ist eine geringere Anforderung, nur auf die Hälfte zu reduzieren. Also hier steht es nochmal, Ziel netto 0 in diesem zweiten Ansatz, kein weiterer Anstieg der CO2-Konzentration, der wird erreicht, wenn die jährliche Emissionen und die Senkenleistung von Ozean- und Landpflanzen im Gleichgewicht sind. Dann würde zumindest die CO2-Konzentration mal stabil bleiben. Und da diese Konzentration entscheidend ist für die Erwärmung, wird ja dann hoffentlich die Erwärmung nicht weiter fortschreiten. Es wird noch ein bisschen wärmer, weil sich ein neues Gleichgewicht einstellt, aber sie wird nicht drastisch weiter fortschreiten. Und das würde bedeuten, dass eine Reduktion um 50% genügen würde. Das ist eine viel weichere Forderung als eine Senkung auf wirklich Null. Netto 0 hat also in diesem Denkansatz eine andere Bedeutung. Zwei Ansätze, in beiden Fällen kommt die gleiche Zeitskala raus, für das 2-Grad-Ziel rund 40 Jahre. Aber die Bedeutung von Netto 0 ist ziemlich unterschiedlich. Das eine Mal ist die Forderung nach dieser Budget-Überlegung wirklich auf absolut Null und das andere Mal mit dieser Forderung, die Konzentration an CO2 soll wenigstens nicht weiter ansteigen, sondern konstant bleiben. Da genügt es nach dieser Überlegung zusammen mit der Senkenleistung der Ozeane und der Landpflanzen auf 50% zu reduzieren. Was jetzt richtig ist, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Beides folgt eigentlich aus diesem neuesten Bericht, aus dem Assessment-Report Nummer 6 und der Summary for Policymakers. Ja, also wir haben noch 40 Jahre, wir müssen auf jeden Fall drastisch absenken. Vielleicht müssen wir, ja, also es muss man sich überlegen, was jetzt die richtige Schlussfolgerung ist. Müssen wir wirklich laut diesen Budget-Überlegungen auf absolut Null runtergehen oder sogar ins Negative, das heißt aktiv CO2 aus der Atmosphäre extrahieren oder genügt es nur so viel noch zu emittieren, wie sowieso im Augenblick in den Ozeanen und in den Landpflanzen verschwindet. Ja, das ist eine offene Frage, die ich an dieser Stelle nicht beantworten kann. Das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.